In PowerPoint hast du die Möglichkeit, deine Präsentation als Video zu speichern. Alle Animationen, Inhalte und eingestellten Zeitabläufe werden jeweils übernommen. Um deine Präsentation als Video zu speichern, musst du zuerst in das Register Datei. Klicke hier auf Exportieren und dann auf Video erstellen. Per Mausklick auf HD öffnest du ein Dropdown-Menü, in dem du die Qualität deines Videos angeben kannst. Hier gilt, je besser die Videoqualität, desto überproportional größer wird die Dateigröße. Am schnellsten geht es, wenn du unter Anzeigedauer der einzelnen Folien in Sekunden einstellst, wie lange jede Folie später im Film dargestellt werden soll. Klickst du nun auf Video erstellen, kannst du einen Speicherort für dein Video angeben. Unter Dateityp kannst du ein anderes Format auswählen, standardmäßig wird hier MPEG-4 verwendet. Mit einem Klick auf Speichern wird dein Video gespeichert. Das Speichern des Videos kann je nach Präsentationsgröße und gewählter Auflösung etwas dauern. Ein Fortschrittsbalken auf der Statusleiste zeigt dir hier den Fortschritt. Individueller wird es, wenn du eine ganze Präsentation mit unterschiedlichen Folien und gesprochenem Kommentar als Video produzieren willst. Unter Aufgezeichnete Zeitabläufe und Kommentare nicht verwenden kannst du auswählen, ob eine benutzerdefinierte Anzeigedauer der einzelnen Folien verwendet werden soll. Wenn du vorher noch keine Aufzeichnung deiner ganzen Präsentation oder Teile davon gemacht hast, kannst du das hier nachholen. Klicke hierzu auf den Punkt Zeitabläufe und Kommentare aufzeichnen. Jetzt befindet sich Powerpoint im Aufnahmemodus. Wir wollen uns an dieser Stelle ein paar Basisfunktionen anschauen. Welche Art der Aufnahme für dich am besten ist, kannst du am besten durch Testen herausfinden. Du kannst nun zum Beispiel die ganze Präsentation aufnehmen oder auch nur einzelne Folien. Um eine Aufnahme zu starten, klicke oben links im Fenster auf den Button Aufzeichnen. Nach einem kurzen Countdown startet die Aufnahme mit der ersten Folie und du kannst die ganze Präsentation durchspielen. Wenn du ein Mikrofon angeschlossen hast, kannst du außerdem direkt Audiokommentare einbinden und die Präsentation simultan kommentieren. Du kannst die Aufnahme jederzeit mit einem Klick auf Beenden stoppen und dir das Ergebnis mit einem Klick auf Wiedergeben anschauen. So kannst du auch nur einzelne Folien aufnehmen. Du machst eine Aufnahme und beendest sie. Dann navigierst du zu einer beliebigen anderen Folie und machst wieder eine Aufnahme. Das machst du so lange, bis alle gewünschten Folien aufgenommen wurden. Du kannst während der Aufnahme auch mal mit der Nutzung der Kamera an deinem Computer experimentieren. Du hast viele Möglichkeiten, die Aufnahmen spannend zu gestalten. Zurück im Menü Video erstellen kannst du nun unter aufgezeichnete Zeitabläufe und Kommentare nicht verwenden auswählen, ob du die Aufnahmen für das Video nutzen willst. Folien, die keine Aufzeichnungen haben, werden je nach eingestellter Anzeigedauer angestellt. Wenn du alle Einstellungen vorgenommen hast, klickst du auf Video erstellen, wie eben bereits beschrieben. Das ist so knapp, man sieht